äh, Mindfactory meine ich ja jaja, nicht alle, da sind noch welche aber, ja oder war das alle? hey, Mindfactory war das auch, die haben auch geschrieben aber da sind trotzdem noch einige alter, ehrlich? ah, ich hoffe mein Internet hält jetzt mal das hoffe ich für dich auch, mein Junge weil sonst sind wir nämlich die längste Zeit Freunde gewesen ja nicht, dass es wieder so wird wie ah, wie, wie, wie heute morgen alter! innerhalb zwei Stunden irgendwas mit, äh, 20 Disconnects das war ein bisschen hart oh alter also seit wir spielen jetzt diese sieben Minuten also wurde ich achtmal getauscht achtmal getauscht eben in dem Spiel hin und her getauscht aber die ganze Zeit, ich hab das Gefühl die hat die ganze Zeit nur tauschen gekriegt hm hm, links und rechts im Bogen, geil weißt du was alter, ich finde die sollten dieses Kistensystem mal ein bisschen da dran koppeln wer immer quittet oder nicht ja und Leute die nicht quitten sollen belohnt werden indem sie wie heißt aaaaaaahhhhhh ja, die mehr Kisten, also mehr Kistenchance bekommen das wär doch mal ein geiles System ah scheiße zu spiel die Spinner würden nie wieder, wie heißt das hier, ähm ähm, äh, quitten ja das wär ne Idee oh alter NEIN alter, alter das wär die geilste Idee überhaupt die knappe Spinner würden nicht mehr quitten oah schön schön boah alter richtig geil gemacht wiii du hast ihn brrrr alter mach den bocky Schraubstock raus äh, Akkubohrer rausgeholter warte mal ich hab grad so ne Bohrung gemacht wie du, äh hateless shrimp geil ah ne doch hateless shrimp geil nice richtig geil gemachtest du mh? ey, war läuft diesmal rechts rum neben links rum rum ey, war läuft ah alles was flüssig ist alles was flüssig ist äh ich hab doch nicht gedacht aus aber dann läuft oh, alter Teamkollegen weggebombst äh aah schade ich mach, ich drück immer zu schnell, ähm äh äh sch, äh hier sprungtaste so komm ich nicht so hoch immer nichts kann zu übernehmen nichts kann zu übernehmen nichts kann zu übernehmen äh 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 ey, unser Kollege ist deutsch oh ich glaub der hat eine deutsche Flagge äh 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 ne ne den hab ich nicht gekriegt deswegen hab ich ihn eingefroren oh äh sehr gut und jetzt noch tauschen äh falsch rum getauscht schade schade ich hab schon gedacht, ja jetzt stürmt er da noch hin wär ja optimal gewesen mhm aber allein nichts kannst du alter äh äh schrecklich huuuuuh oh schade oh das wär perfekt gewesen oh scheiße oh scheiße was alter 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 wie knapp war das denn jetzt er hat das spiel siehst du diese sollte man direkt einmal bitten fünfmal weniger wie heißt das hier ähm äh 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 das wärs alter das muss das muss man hinkriegen aber der hättest du natürlich in deiner Phase jetzt welche ja 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 puh NEIN der hat er dir aber richtig geklaut ah Junge mein hunderter 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 ja klatsch aber er hat ihn wohl anscheinend auch in 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 lackiert in meine lackiert ja viele haben den scheinbar lackiert weil ich hab gestern auch einen gesehen der lackiert hatte und zwar sogar meine lackierung ja nee ich hatte einen äh äh blau so türkis mäßig gesehen ja das wär auch da es sei denn das war ach boah alter was du sagtest du sagtest zwar es gibt auch eine lackierung die ähm äh äh unter wurden das ist echt nicht vermutet aber es kann auch sein dass der endo die die das lackiert haben unten einfach nur lackiert ist das kann eigentlich ja das vermute ich nämlich jetzt nachdem was ich jetzt sehe ich hab jetzt auch lackiert also gibt es bei dir keine äh keine lackierung die unten lackiert ist ne ich muss nicht achso ok achso ok ähm ja dann sind wir die 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 gibt sie da krepp oi jetzt gibt es jetzt gibt es wieder krepp jetzt die reingabe der krepp mit seiner krepp jetzt nicht genügen spieler um ein spiel zu beginnen jetzt wird das wieder replay speichern da finde ich doof dass man das kann also wenn es wieder nicht geht also wenn wieder ach doch ist schon da wo kommt der auch da wenn es wieder nicht geht öffne ich meine kiste also wenn ich jetzt so viel glück habe auf den neuen wagen daraus kriegt dann höre ich auf zu spielen da bin ich richtig geflogen oi spielt für uns oder auch nicht guter dribbler aber richtig guter oh alter aber ein schlechter spieler nein unser kollege hatte ähm schade nein alter perfekt mit dem ich mach mich nicht klauen alter nein oh tschüss tschüss also was mache ich damit mit dem magneten what the fuck was war das denn Das wäre lustig gewesen, wenn da als Eiskugel ins Tor gefreut wäre. Tja. Oh, Stacheln und Hunderter. Oh, bist du daneben? Ja, relativ. Jetzt. Ich versuche ihn jetzt zu krallen. Ah, schade. Ah, schade. Jetzt habe ich meine Stacheln weg. Was machen die da? So. Aua! Ah, ich habe mich immer gecrasht. Ah, was? Bum. Ich gucke Auto. Ah, wie eu da stehen blieb. Ah, das war geil. Das war schade. Ich werde ruhig nicht verspielen. Oh, scheiße. Wieder eine schöne Sache gehabt. Eine schöne Vorlage. Oh, das war schlecht. Das war... Oh, das war ganz schlecht. Nein! Oh, ich wurde getauscht. Da wurde ich getauscht. Perfekte Verlacke. Das sieht eigentlich wie Dildos aus obendrauf, weißt du das eigentlich? Das sind Dildos. Dildo-Kambe. Was macht der denn? Oh. Ähm. Oh, Alter! Hat der dir den geklaut? Ja. Ach, nee! Er war es selber. Okay, okay, okay. Ich dachte, du hättest den geschossen. Nein. Dann war es, äh, echt sehr gut. Nein, zu hoch! Wie du da angefümmelt kommst du. Oh. Haha, klatsch. Schließt mal voll. Schließt mal voll. Komm her, komm her, komm her. Komm her. Alter, ich habe jetzt 50 Punkte. Das ist ein Fick-Auto, Alter. Haha, das liegt nicht am Auto. Mit dem Auto habe ich mal nie Punkte, das gibt's doch nicht. Hahaha, das stimmt dir recht. Oh, ich weiß ja, hätte ich den Spruch jetzt nicht gesagt, hätte ich dir das Formel-1-Auto vielleicht gegeben. Mama, aber so. Was? Nein, das soll schon feiern. Nee. So was... So was würde selbst ich nicht machen. Außer wenn, außer wenn, äh, wenn man die doppelt hat. Wow. Hahaha. Nein, wenn ich die doppelt habe, denkst du's ja natürlich. Ja, klar. Wer will. Ja, kein Problem, aber... Oh. So. Oh. So. Hahaha. Ja. Hahaha. Ah, wie geil. Oh, schau. Haha, zu geil, wie er regnet. Oh, ne, schon wieder. Ne, das war zu einfach. Hahaha, geil. Einfach nur stehen bleiben. Wow. Oh, 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 ich friere den ein. Oh. Oh. Das war nicht gut eingefroren, Boggy. Oh Gott. Hahaha. Hab ich den weggepfeffert? Oh. 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 Und Pech. Oh. 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 Schade. Ich hab den nicht... Ah, ich hab den leider falsch gekriegt. Alter. Ach, schade. Ah, von der anderen Seite wär er anders gekommen. Naja, aber so ist das. Man muss das versuchen, ne. Mehr kann man nicht machen. Ja. Nja. Alter. Ich hab mich aber gut erwischt. Alter. Na, oh Gott. Alter. Oh. Oh, Gott. Alter. Oh. Oh, oh. Rein, 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 rein. Schade. Aber wir haben auch nichts gemacht. Ja. Alter. Ich glaub ich will mir immer meinen Crab abholen. Ich bin froh, dass es mein Internet erzählt. Ja, du hast schon das Beste bekommen, also du darfst nicht meckern. Für einen Domino's ein Aufkleber. Ja, was anderes ist das aber nicht mehr, man kriegt einfach nur Crap. Warte mal kurz, für einen Domino's habe ich den schon. Crap, 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 Crap. Denk dran, du kannst jetzt 10 machen, ne? Das hier, mehr als 10, das habe ich geflüchtet. Ach, das habe ich glaube ich auch. Wie heißt das? M-D-G-A. Oh. Ja, das ist Crap, ne? Ja, das ist da kein Problem, man kriegt einfach nichts Tolles da draus. M-D-G-A? So heißt das Ding? Ja. W-D-G-A. Komischer Name. Ja. Ja, es ist schade, ne? Das ist einfach nur so ein Scheißgericht, wenn man hier ne normale Kiste... also ne... Ja, was heißt... Naja, die Chancen sind einfach zu heftig, dass man ne Scheiß-Sache kriegt, das ist das Problem. Willst du mit dem Auto spielen? Ah, ne, will ich gar nicht. Okay, ne? Ich bleib erst mal bei dem Wagen, obwohl... Komm, nehm ich mal den. Ist doch jetzt der Neue, ne? Ja, das ist der Neue. Achja, mir fällt ja jetzt gerade erst auf, dass ich ja für ein verbessertes Auto so eine geile Lackierung habe. Ja, passbar, ne? Ja, endlich eines, was ich auch benutzen kann. Duschlampe. Ich habe bis jetzt nur eine einzige von diesen scheiß neuen Kisten bekommen. Mein Haus war ich übel. Oh, Alter, sieht das geil aus mit den neuen Felgen. Boah. Boah. Stacheln und Elefant. Und ich hab Box am Schuh. Ah! Nein! Noo! Jetzt tappt weiter! Oh scheiße! Weiter! Jetzt hab ich sonst auch keine Kissen mehr. Ja, keine Schlüssel mehr. Oh, ich hab noch welche. Und die spare ich alle für die neue Kiste auf. Also wenn ich in 3 Jahren noch... ...Schlüssel haben. Heftig! Spare ich ein bisschen Geld. Oh, Alter! Alter! Was ist denn das für ne Lackierung? Hm? Ist das ne... Ist ne normale Lackierung. Nein! Entschuldigung! Oh! Oh! Alter, ich hab Jesus fast schon beigetreten. Oh! 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 Ja! Oh! 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 Ich hab' ja auch! Da wir mal gucken! Wir haben das jetzt knapp ein Jahr nicht gespielt. Also ne? Irgendwie August. Mal schauen, was sich da nicht verändert hat. Vielleicht gibt's ja wieder Zombies. Ich glaub die sollte es ja wieder geben, ne? Ja Weil die waren ja ne Zeit lang draus Ja Was sehr entspannend ist Weil ich würd's nämlich auch mal schaffen in, ja wirklich in nem Etwas volleren Server so irgendwie 30 Leute mal locker so irgendwie vielleicht mal Wo mal richtig die Action abgeht Aaaaah schade Aaaaah Oh der hat kein Turbo Aaaaah Alter Alter Alter, ernsthaft Geil, I play football with Jesus, Alter Man, jeder scheiß Turbo Stacheln, Stacheln Oh, oh ja Ich hab schon gedacht, er wär weg Aber hat er mir voll raufgefunden? Ja, oh sauber Oh, ganz, Alter, hast du das gesehen? Ganz hinten, der letzte Stock ist noch mal drin Alter, Schwiebel Hat das auch mal geklappt, muss auch mal sein Sonst klappt das immer nur bei anderen, weißt du? Jesus Christ Aaaaaaah Nein Au Meine geile Felgen sind so geil Sind so geil Geiler geht's nun gar nicht mehr In diesem Spiel hier Ja geht Oh, schade Boah Alter, alter, alter Alter Ruhig hier Ohoho, bitte Ohoho, bitte Nein, Kollege, mach's nicht Nein, nein 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 Ich hab doch gesagt, nein Nein Kack Wurst, Alter Ich freue mich auf jeden Fall auf Player Undo und Battlegrounded Wie heißt er hier? Einen neuen Rechner hat Ich sollte das ja auch schon mit meinem Rechner jetzt funktionieren. Ja, die Performance ist ja jetzt besser geworden. Das soll ja nur wirklich richtig gut sein. Tobi muss das mal wieder im Stream spielen. Ich muss nur wieder mitmachen. Geil, das macht Hugo. Ach, der hat doch jetzt 2 Ti drin. 1080 Ti drin. Und er so, die laufen im Sly, ne? Das heißt, die haben doppelt so viel Power, ne? Nee, haben die nicht. Muss ich mir echt am Kopf greifen. Der glaubt ernsthaft, dass Sly, wie heißt das, doppelte Power bedeutet? Nee, war auch, glaub ich, einfach nur so gesagt. Er weiß natürlich, dass er... Das war mit ziemlicher Überzeugung, meiner Meinung nach. Mit ziemlicher. Das war nicht so mit... Das war mit ziemlicher Überzeugung jetzt hier, ne? Ich hab dir das Gipsding. Tschö. Mithilfe eines Magneten. Alter. Das war auch kein Magnet. Hä? Das war auch kein Magnet. Bei dir. Nee, nee, bei mir nicht, aber der Kollege hat dann Magneten gehabt. Und dadurch ist er ja so schön nach unten, gell? Gedreht. Ich fliege nicht mehr. Finde ich voll gut. Schade. Geh mir nach. Geh mir nach. Aber auch geil, ne? Wie lange hat er den? Ich glaub, der hatte ja noch zwei Monate gehabt, den Rechner, oder? Bevor wir... Und dann kriegt er auf einmal die TI's drin. Weil da vorher waren ja 1080er drin. Mhm. Da hab ich schon da gedacht, Alter, was ist das denn? Dann macht er jetzt noch 1080er ran. Nee, 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 nee. Hat er noch... Hat er schon viel länger gehabt. Ach, der hat den noch nicht so lange. Quatsch. Hat er noch nicht so lange. Wohl... Hat er nicht einen neuen Rechner hören bekommen? Meinst du, dass er das... Weil er hatte nämlich... Weil er hatte schon länger... Ja, der hat ja vor drei Jahren... Ja, aber der hat ja zwei in seinen neuen gekriegt. Seinen neuen, den er jetzt auch hat. Mhm. So, da waren erst 2080er drin. Und die waren... Zwei Monate gleich hat er den Rechner. Und jetzt... Wie heißt das? Hier hat er ja 1080 Ti's drin. Ja. Das ist so sinnbefrei, 2080 Ti's da rein zu packen. Die eine packt schon alles. Ja, stimmt. Das ist einfach nur stundenisch, wenn du ehrlich bist. Was der da jetzt macht. Ja, ich bin mit meiner normalen 1080er schon sehr beschäftigt. Ja, aber ich mein, der kommt natürlich an mir begrenzt. Das ist klar, der spielt doch mit 4k, ohne Ende Mods und so. Und allmöglichen Klangstücken und was, was ich... Zum Beispiel, ja. Ne, aber... Aber wie heißt das hier, ähm... Gefährlich! Äh, 2080 Ti's da rein zu machen, das ist echt sinnvoll. Ja, bestimmt. Oh, nö, ich hasse Eis. Ich hasse wohl gestorben. Oh, alter, wie die hier alle rumfliegen! Ach, schade! Uuuuuh, sehr schön! Der hat Strom verbraucht natürlich, weil das glaubst du mal. Eine soll schon um die 300 Wacht verbrauchen. Und der hat zwei davon. Das ist sehr tief. Ich find's immer noch unglaublich, dass mein Rechner weniger Strom verbraucht als mein Alter. Naja, ist ja klar. Obwohl der hier weitaus mehr, ähm, Leistung bringt als mein Alter. Ja, ja, ist ja klar. Ich mein, das wird alles moderner und so, ne? Und, 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 ähm, nicht mehr so Strom fressend. Es wird alles effizienter gebaut, weißt du? Mr. Potato? Hatten wir auch schon, wenn das der gleich ist. Ne, glaub ich nicht, dass das der gleich ist. Aber, ähm, auf jeden Fall hatten wir ja schon so einen. Naja. Alles effizienter und, und, und energiesparen. Ach, schade! Hup! Deswegen hoffe ich ja, dass die 2070 dann wirklich richtig... AAH! Energiiiieee! Schade! Ach, spannend! Weil die werde ich mehr rennen können. Und dann geht das richtig ab, Alter. Hm. Mhm. Und dann holst du den noch schon... Äh... Ja, wie wird das... Abgekürzt, äh... Abgekürzt, äh... PlayerUnknown's Battlegrounds. PlayerUnknown's Battlegrounds. PlayerUnknown's Battlegrounds. Glaub ich. Oder was meinst du? Pack, äh, Pux. Oder wie das, äh... Abgekürzt, äh, genannt wird. Äh... Alter, wie flieg ich denn hier? Puppe, puppe, puppe. Boah! Alter, der Magnet, ey. Mal... Das geht mir echt auf den Sack, ey. Mal lang, mal kurz, mal... Alle freuen sich, mal hat der eine da eine Stunde lang den Magneten, nur hört gar nicht mehr auf, ey. Mhm. Stachel. Wo ist der Ball? Oh Gott. Wo ist der Ball? Da ist der Ball. Ja, ich hab den durch die Beute getan. Schade. Diesmal... Ah... Boah. Hehehehehehe. Hast du ja noch schnell ne Vorlage gesiert. Ja. Bam! Sauber. Aber ich bin echt am überlegen, ob ich nur wirklich einen Ryzen will. Würde ich nicht machen. Doch, die sind besser. Deutlich besser. Also, die werden ja noch besser, das ist das Problem. Oh. Das ist ja das Ding, die sind ja noch nicht mal richtig ausgereift, weiße. Deswegen werden die in Spielen ja teilweise noch besser. Muss das so sehen. Ein Ryzen mit 6 Kernen, der für 210 Euro, der hat im Endeffekt 12 Kerne durch Hyperthreading. Der hat auch Hyper... äh, dieses Hyperthreading. Gut, das braucht man beim Gaming nicht so extrem. Aber insgesamt mit allen möglichen Updates, die noch kommen und sowas. Na ja, alter, später. Da konnte ich nicht so nix machen. Also, das war gut. Heftig. Das war richtig gut. Ja, das stimmt. Alter, der hat ein komplett blankes Auto. Ja, wie soll, im Endeffekt werden die besser. Auch wenn das keiner einsehen will, oder ne. Weil AMD, IGD geht und so. Aber die sollen wirklich zukunftsicherer sein als jetzt die Intel. Ja, ich guck mal wie das haltet. Ich liebe das, wenn der so denkt, ich mach mal einen Move nach vorne, halt dann zack. Scheiße. Oh, nö. Scheiße. Ohohoho. Zum Glück war da keiner da. Achtung, neben dir ist einer mit, äh... Ne, oh, ja. Oh. 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 Nein, ich glaub ich werd jetzt halt hier gucken, wie lange das halt alles auch dauert. Ich denke, vor nächstem Jahr wird das nicht. Oh. Nein, Mann! Das stimmt! Nein! Boah! Hast du ein Glück! Vor nächstem Jahr wird das noch so nicht. Deswegen denke ich hab, sie darf vielleicht schon in der nächsten Generation von Intel-Prozess hoch. Ich hab doch mir mal nen Ball Und dann geht's richtig ab mein Mann Gucken wieviel Kohle ich bis dahin hab Oah Fehlt da eigentlich nur noch nen Monitor mit HDMI anschluss mal Hehehe OOOH Wer hat ihn eingefroren? Ich war's ausnahmsweise nicht Ich hab den ersten Ball eingefroren Oh schade das war zu viel Alter Was macht ihr da? Wow Jetzt ganz schnellen das zurück Boah Boxhandschuhe ab vor's Tor Scheiße OOOH Sorry Ich musste den einfrieren Ja da musste ich meinen Wie heißt der Tier? Ja Ich hab'n Boxhandschuhe leider Ich hab'n Schlampen für Ja Ja Oh Mann Oh NEEEIN 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 Alter ein Oh ein Blank sieht da richtig geil aus Ein Blank Oh Spielerwahl Ich Ich hab'n doch gesagt ich kriegte eine noch Spielerwahl Ernsthaft alter Und die öffne ich Nein Obwohl Waren da gute Sachen Drang Ach wir sind so und so wir Also lass uns jetzt aufmen Du kannst ja gucken was da drin war Ja Aber ich glaub da war nicht der Endo drin oder sowas Was das ist? Ich glaube nicht Obwohl doch ich glaube schon Äh Spieler wollen mal gucken was da drin ist Äh Oh Gott viel Verzerrung Viel Oh ne Dominos Breakout Und Octane Ja das war die Geschichte Stimmt Da sind nur 4 Jaja aber Ja der Dominos Der Breakout Und der Octane Der Breakout wär' jetzt interessant aber Ne Die Die Kiste behalte ich Alter was machst du denn da halt? Verdammt Alter du liebst doch wie ein Obdachloser gar nicht Jo Ein Obdachloser der jetzt 33 Minuten aufgenommen 34 Minuten aufgenommen hat So eine Freude So eine Freude